Es ist eigenartig, aber es fällt mir gar nicht leicht, diese Aufzeichnung zu beginnen. Und dabei ist eine solche ja gar nicht nötig. Denn das, was Sie jetzt hören werden, ist weder ein Vortrag noch eine Lesung. Aber wie ich fantasiere und in welcher Umgebung, zu Hause oder im Auto, ja, beides ist mir wichtig. Wo sie immer wiederholt, wo sie alle anderen Schleiften, von der Musikk-Business, zu Hause und in der Tat. Es ist ein ein Schmerz, ein Schmerz, ein Schmerz, ein Schmerz und ein Schmerz. Sie werden, die Schmerz, die Schmerz und die Schmerz und die Schmerz. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.